Ach man ey, wie er wieder verkackt hat beim letzten Mal, oder? Leute, willkommen zurück zur Mare-Galexie! Äh, mann, nicht Galexie! Odyssey! Verdammt! Na, naja, perfekt! Ich weiß, dass ihr mir das nicht übel nehmt, ne? Also ihr nehmt mir übel, dass ihr die Mission beim letzten Mal verkackt habt? Das weiß ich, aber dass ich hier nicht mal verspreche und so? Nein! Ihr doch nicht! So, also mach mal ganz schnell nochmal. Weil an sich cool, und wenn ich diese Skiller-Sprüngung noch nicht drauf hab, dann muss ich sie halt einfach lassen. Es geht halt nicht. Wir haben ja schönes Geld. Ja, wenn ich jetzt den Mond hier einsammle, dann könnte ich ja an sich auch schon wieder die Braudels besiegen, ne? Dann hätte ich ja wieder alles Nötige, um, äh, ins nächste Land reisen zu können. Hm, naja. Gucken wir mal. Sack! So höre ich mir aber jetzt nochmal das Geld zurück. Yeah, Geld zurück garantiert, ey, da. Zack, zack. So. Und ich will aber noch da oben lang, ne? Gleich auf dem Rückweg. Ich wollte erstmal den Mond einsammeln, dann werde ich noch nicht gleich rausgeschmissen. Hoffe ich. Sollte sich hier mal alle einfach sterben. Obwohl, das bringt doch mehr weg, die alle töten, oder? Ja, ob ich da alles Geld. So. Voll geil. Wow, wow, wow. So. Okay. Tschüss, ihr Mumbas. Boah. Okay, alle tot. Dafür habe ich gerne Münzen bekommen, oder? Jetzt muss ich da oben irgendwie hoch. Wie soll das denn gehen? Ist denn irgendwie ein anderer Reißverschluss irgendwo versteckt oder sowas? Rated von einer anderen Seite vielleicht? Nee. Ich kann ja mal probieren, da so einen Mega-Long-Jump rüber zu machen, aber ob das funktioniert? Warte mal, wisst ihr, wenn ich jetzt hier irgendwie... Doch, das müsste ja eigentlich klappen. Mit Käppi natürlich wieder. Moment. Okay, jetzt muss ich... Ich sammle erstmal den Mond ein. Ja, ihr habt recht. Ich sammle erstmal den Mond ein. Natürlich. So. Und da ist er mein. So. Die Reißverschlusskluft. Okay. Reißverschlusskluft. Wen wollen die... Ey, zum Glück habe ich den Mond erst eingesammelt. Ey, wen wollen die hier eigentlich verarschen? So, das wird bloß mal da oben hoch. Und dann nur gucken, was da ist. Vielleicht sind da Münzen drin. Also diese landspezifischen Münzen. So. Dafür muss ich gar nicht viel machen. Wo ist denn Reißverschluss noch offen? Und dann geht's wieder raus. So. Wie geil, ob dieser Reißverschluss aussieht. Ist richtig echt. So. Alles klar. So, also Käppi geht voraus. Ach so. Mensch, Käppi. Da wusste ich gar nicht, dass du so weit auch kannst. Das ist ja alles cool. So, warte mal. Was sind immer, wenn alle weg offen sind? Nee. So. Zack. Hier würde es aber nicht zwei Monde geben, oder? Oh. Ah, also. Oh, ich dachte schon, ich habe was verpasst jetzt. Aber nee. Okay. Wie cool ist das denn? Okay. Wer soll darauf kommen? Ich dachte schon, ich wäre jetzt tot. Aber es gibt noch einen zweiten Mond. Der geheime Reißverschluss. Richtig geheim. Kann ich hier noch was machen? Der Reißverschluss ist jetzt weg. Okay, gut. Alter, wie gemein und geheim er einfach ist. Aber okay. So. So. Okay, gut. Dann brauchen wir jetzt mal ab hier. Wow, wow, wow. Ich muss jetzt hier echt irgendwie aufpassen. Ich kann ja nicht immer so wie so ein Trottel hier. So, okay. Schon besser. Da. Wuhu. La, 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 la. Dann seht ihr, da ging doch. Hat doch alles geklappt. Okay. Oh, oh, oh. Der Kapitän Monde auch noch. Ist auch schön. So. Die muss ich jetzt natürlich alle noch wieder mal finden. So. Könnte denn noch hier was sein? Da unten ist er drin. Okay. Alles klar. Der Letzte. Komm her. Yeah. So. Oh je. Das habe ich schon bald alle nötigen, ohne dass ich überhaupt die Brodels besiegt habe. Alter, jetzt ein riesen Palast. Voll schön. So. Komm mal her. Ja. Ups. Auftauchen. Oh, was ist das? Nein, nein, nein. Mondstücke im See. So. Und, äh, Checkpoint. Okay. Oh, wo ist dieses Ungeheuer noch da draußen? Nein. Alter, wie kommt der Vogel hier unten rein von der Wasser? So. Ah. Der Shop ist eine Etage weiter oben. Darüber, darüber existiert noch eine weitere Ebene. Wie du da hochkommst, genauso wie überall hier, in dem du schwimmst. Ah. Ja, ja, ja. Verstehe. Zuerst mal, was haben wir denn hier? Hier gibt es erstmal Cash. Cash, Alter. Richtig viel Cash. Ich werde mir schon gleich was kaufen in dem Laden. Hui. Mann, die Level sind alle so toll aufgebaut. Das ist richtig schön. So. Hallo, wissen Sie. Auf der nächsten Etage ist ein Schaufenster mit wunderschöner Ausladung. Ja, ja. Oh, oh, oh. Das Wu, 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 Wu. Okay. Ach, wie cool. So. Also, ich muss ja wieder ein Kostüm anhaben, wa? Wenn du in den weiteren Weg ins Seeland reist, wäre das angebracht, schwimmtechnisch gekleidet zu sein. Ah, verstehe. Um zum Ausstellungsraum durchgelassen zu werden, musst du wie ein Schwimmer gekleidet sein. Reisender, du bist überhaupt nichts fürs Schwimmen gekleidet. Sehr schade. Okay. Okay, okay. Was hast du? Oh, verdammt, das habe ich Kippie unterbrochen. Wir hatten hier einst ein herrliches Snixen-Kleid im Schaufenster. Aber dann hat dieser Bowser erst gestohlen. Er hat den größten Schatz unseres Landes einfach geklaut. Dieser alte Arsch, ey. Na, warte mal. Den schnappen wir uns. Oh, mir fehlt unser Snixen-Kleid. Willkommen. So, okay. Auch zu unruhigen Zeiten ist der Laden ja offen. Sehr geil. So, natürlich erstmal wieder alles, was mit Cash geht, ne? Mit Cash. Guck mal, ich kriege hier so eine Tessie oder Nessie, äh, Puppen im Hintergrund. So, okay. Kann ich dir vielleicht weiterhelfen, Reisender? Guck mal hier. So. Mustermix-Kappe und Mustermix-Outfit. Okay, erstmal habe ich wieder einen Mond, ne? Ja, damit. Ich cash doch gern für den Mond rein. So. Ist das coole Shopping im Seelagon. So. Alle nötigen None. Wir können abhauen. Wir können nächstes Land aufnehmen. Nein, natürlich nicht. So, nehmt mal die Dinger hierher. Der etwas exzentrische Teil ist für unsere Leute ein wenig Selbstbewusstsein. Ein starkes Accessoire für starke Helden. Okay. Den wir einfach mal mit. So, das sieht irgendwie aus wie... Warte mal, wenn ich es nicht besser wüsste, sieht das ja fast aus wie Ness. Auch, wir sind von dem roten... Wenn jetzt das rote Hemd ausgezogen wäre. Hier von dem Teil würden die... Würden die Farben stimmen. Ja, aber... Das ist doch voll Ness. Kurze Hose, die Schuhe nachher auch nicht so ganz. Die Kappe auf jeden Fall. Ja, aber wir müssen bewusst das Hemd ausziehen. Und natürlich wäre der Temp, äh, ist natürlich jetzt da runter, ist rot-gelb... Äh, man, blau-gelb kariert. Natürlich, ne, aber Ness hat ja, ähm, blau-gelb gestreift. Aber das ist so ein bisschen... Ja, das wird aber was anderes sein. Keine Ahnung, was die für eine Klamotten sind. Die kann ich überhaupt nicht einordnen. Egal. Also, ich glaube auch nicht, dass ich jetzt wie... Ach, ich wollte ja noch gucken, was hat der andere denn da? Der andere Laden. Aber ich glaube, da würden mir noch Münzen zu fehlen. Lass mich erstmal nochmal andere Münzen holen. Ähm... Swoow, 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 hier oben zum Beispiel. Oder, oh, ach, da sind die ja. Ich bekomme jetzt mal noch ein paar mehr Münzen, weil ich glaube, ich habe hier noch nicht genug. So. Was haben wir denn hier? Hallo. Aha. Die Handlanger vom Bowser sind mir ein Graus. Die haben unser geliebtes Kleid gestohlen. Ja, der plant eine Hochzeit, der verrückte Sack. Ist übel, ich weiß. Hupp. So. Hm. Okay, ah. Pixel Mario. So. Okay, alles klar. Oha. Na gut. Oh Gott. Düp, 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 düp. So. Ha. Düp, düp. Yeah. Und da ist noch ein Geheimgang, den sehe ich doch schon. Da ist noch ein Geheimgang, Leute. Aber erstmal... Oh. Erstmal nein. Guck mal her. Ich hab den Mond. Notenjagd in der Klippe. Swoow. Ah. Okay, sehr schön nochmal für Münzen. Warum nicht? Das war ja schon fast die Hälfte. Ich weiß gar nicht, ob dadurch jetzt eventuell auch der... Du hast dich ja ganz schön ans Platz eingewöhnt. Ja, das sind meine Ursprünge, Mann. Was soll ich die anderen Münzen da oben noch kriegen? Wie komme ich denn da oben ran? Okay, das sind noch mehr Münzen. Das wirkt ja fast so, als müsste ich irgendwie das Wasser steigen lassen, oder? Aber keine Ahnung wie. Ich muss erstmal hier ein bisschen... Oder hier drinnen einen Wandsprung machen. Ah ne, okay. Von unten da. Ich seh schon. Ich seh es schon. Ich muss von hier unten reinschwimmen. Oder irgendwie da hochschwimmen. Alles klar. Kriegt er hin, oder? Ja, swoop. So, genau. Ne, hier in diesen Tunnel muss ich irgendwie rein. Oh, Geld. Ja. Oh, Peace-Switch. Okay, Moment. Du gelangst durch den Schacht nach oben, genau. Ah, okay. Sehr schön. So, lass mal nochmal hier ein bisschen gucken. Und ich geh jetzt nochmal einkaufen. Ich hab ja die Hälfte der Münzen. Vielleicht kann ich mir da auch schon diese geilen Klamotten holen. So. Geil. Okay. Äh, äh. Warte mal, wenn hier weit ist, heißt das auf der anderen Seite das Hochwart? Bestimmt. Wartet mal. War vorhin ja auch schon so. Das muss hier alles parallel sein. Mal gucken. Ja, so. Wollt, sag ich doch. Jemen. So. Okay. Holt mir jetzt die Schwimmerklamotten? Hier gucken wir die Schwimmerklamotten. Falls ihr die mit Münzen zu holen gebt mit diesen. Ja, die Hälfte an sich hab ich. Oder, deswegen kann ich ja nicht so teuer sein wie in anderen Läden. Mal gucken. Na, kann ich dir helfen? Ja, das ist ja auch geil. Ja, holt mir, holt mir. Ja, wieder das hier und den Sticker. Ja, hab ich wieder genug. Vielen Dank, Mann. Jetzt zieht mir gleich mal an. Okay. So, das wäre lustig. Ich tue mir das alles bloß optisch, ne? Wäre aber cool, wenn man dadurch mehr Luft hätte. Nein, ich glaube eher nicht. So, lebt mal das Ding noch her. Zack. Okay. Und jetzt einfach mal so ein Accessoire. Hat ich noch nie gemacht. Mal gucken, was das ist. Quietschi Dori. Genau, Dori. Lieb Papa, des allseits beliebten Dori mussten lange auf dieses hochwertige Nachbindung warten. Sie ist wirklich genauso niedlich wie das Original. Das ist deine Wahl. Seid mal her. So, vielen Dank. Wir schicken dies für dich zur Odyssey. Okay. Ah, wird da dann einfach in den Raum alles reingestellt? In diesem Laderaum, sag ich mal, wo Cappy uns immer Sachen vorliest. Das sieht aus. Mit Schwimmflossen. Das ist geil. So. Okay, na dann. Jetzt gehen wir mal da den Mond hier holen. Zum Ausstellungsraum. Hallo. Wenn du noch weiter in den Seeland reingest, wäre angebracht, schwimmt vielleicht schon klein zu sein. Ja. Ja, ja. Bin ich doch. So, kannst du problemlos schwimmen. Geh da rein spaziert. Yeah. Aber auf hier die Tür. So, es sind jetzt wieder... Oh. 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 Ich dachte, das wäre jetzt wieder so ein Raum, wo ich mich einfach irgendwo hinstelle und dann kriege ich einfach wieder so einen Mond. Okay, leuchtet irgendwas. Ah, okay. Verstehe. Yeah. Komm her. Schwimm. Ne. Na. Kommst du her. Ach, ist das... Nice. Unpassend gekleidet. So. Okay. Dafür war das echt nur... Das ist der Ausstellungsraum. Nur mit einer Sache. Aber okay. Ist okay. So. Perfekt. Ja, wir haben wieder zehn Monde. Müsste sein, ne? So, dann gehe ich mal wieder nach oben schwimmen. Huh. Oh, hier ist noch was Geheimes. Moment. Oh, ich muss niesen. Hör mir. Oh, Verzeihung. So. Wie faszinierend jetzt Play erst mal niesen. So, hier haben wir noch einen Geheimgang. Lass mal reingucken, gell. Vielleicht wieder ein Level, was ich schön verkacken kann. Oh Gott, ist der Wirt. Ach, ja. Ach, Mensch. Okay. Alles klar. Da war ich schon. Das sah jetzt so aus. Okay, ich muss mir aber merken. Ein Level, wo man schon drin war, dann bleibt so eine Tür offen. So eine Hut-Tür bleibt dann offen. Hm, okay, gut. Alles klar. So, dann am besten hier noch von hier rein. Da ist halt noch ein Stein davor, welches wir machen können. Ich gehe einfach mal hier rein. Wie immer wieder das Geld nachkommt. So, 500 Münzen. Geil. So, so, so. So, so. So, so. Okay. P-Switch. Ah, noch mehr. Hier könnte man echt schnell alle Münzen kriegen, wenn es bloß 50 sind. Okay, habe ich auch im Kaskadenland gesagt und hat trotzdem voll lange gedauert. So, okay. Na, komm her. Ja. Äh. Moment. So. Tada. Oh. Richtig schön schnell. Wir finden bloß noch. Ja, ganz wenig halt. Und dann sind noch mal vier Stück. Also, da soll ich bestimmt hinfliegen, weil das geht ja. Wartet mal. Wenn ich hier bin. Ach so. Hui. Perfekt. Oh, das würde ich nicht schon wieder alles selbst noch machen wollen. So. Okay, erstmal hier den Checkpoint aktivieren. Zack, sehr geil. Jetzt einfach mal. Ja. So, was haben wir hier noch? Hm? Dü, 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 dü. Äh. So, wir sind jetzt irgendwo hin. Okay, Moment. Boinks. Aha. Seekwit way. Los, los, los. Oder halt, äh, Minigame room. So, dü, 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 dü. Oh Gott. Ey, sieht jetzt alles so gefährlich aus. Ah, okay. Oh, das ist ja auch krass. Moment, erst mal hier gucken. Sieht doch alles so verdächtig aus. Dschung, dschung, aber ist nur Geld. Oh, wie der Block aussieht. Sieht jetzt alles so schick aus. Mensch, Mensch, Mensch. So. Also. Halt dich fest, Mario. Oh Gott, ey. Man sieht alles so, die Farben sind so schön kräftig. Es ist so schön bunt und so richtig toll. Ey. Mann, Mann, Mann. So kann ich euch eigentlich irgendwie töten? Nö. So, okay. Jetzt muss ich hier aufpassen. Oh Gott. Sehr schön. Jetzt wieder mehrere Wege, oder was? Ah, wieder vier. Zing, zing, zing. Noch zehn Münzen. Dü, 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 dü. Oh Gott, schnell. Alles klar. Dü, 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 bum, 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 bum. Und das Cash kommt zu mir. So. Oh Gott, jetzt wird gerade Mario die Ausdauer, sich hier so ewig lange festzuhalten. Das ist echt cool, Mann. So. So. Oh, 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 oh. Oh, okay. Ähm. So, jetzt sind auch irgendwo die Heim... Ne. Also einfach. Doings. Oh Gott. So, Boings Boings Okay Mensch, Mensch, Mensch Oh, warte mal Wir wegzuhören jetzt gleich, oder? Oh, verstehe Oh Gott Oh Gott So, das war's, okay Meine Güte, es fährt wieder runter Warte mal, wenn es wieder runterfährt, Moment mal Wartet mal So, jetzt fangen wir wieder hoch Ja, 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 ey, lasst mich doch nicht verarschen hier Ne, wie soll ein Norbert hier abgeht? So, ob das was gebracht hat, wie sie jetzt nicht Naja, und ob das was gebracht hat Hm? Ich bin doch kein Trottel, Mann Ich kenne doch Gameses Komm her Und da haben wir wieder ein Mordi Akrobatische Zugabe So Okay Okay, also dann, hups Yeah Yeah Wow Hier ist ja der Blume gewesen Dü, dü, dü Da wird er Cash einfach mitnehmen Zack, zack, zack Und Na So Wunderbar, würde ich sagen Wieder zwei auf einmal Akrobatische Darbietung Ja, Mario ist echt Wer kann alles Mario ist ein Könner, Leute Er ist ein Könner Ist er einfach Kann man nicht anders sagen So Okay, jetzt sind wir wieder hier Genau Ich check mal den Weg weiter Äh Hier ist jetzt anscheinend Nichts mehr Das ist irgendwo ein Reißverschluss Warte mal, war nicht irgendwie Äh Ne, dass ich jetzt hier oben in den Rand brennen Hat mir ja gar nichts gebracht Außer eventuell Na, warte, ich gehe doch mal auf die andere Seite da Ui Bei den Kisten Ist hier wieder irgendwas Unsichtbares für Cappy? Ne, diesmal muss ich Diesmal muss ich da hin Wow Boah Okay, gut So Ein Mond Ganz Secret Way mäßig Okay Was ist da der Romulan? Muss ich denn da hin kommen wieder? Muss ich hier echt da durch Tauch Anni Okay, ich habe hier wieder eine Kleine Abkürzung Boing Ab jetzt ist hier eine Abkürzung Okay, gut Also nix mit Wasser irgendwie steigen lassen Ne, ne, ne Ups Verdammt Mann, Mario Ihr kriegt das schon da raus Mit dem, mit dem Mit dem Skilla sprüngen Ihr kriegt mal hin Sprüchen Hm So, es dauert halt ein bisschen, ne So, an sich habe ich ja dann trotzdem Doppelt so viel wie eigentlich verlangt ist und so, ne Also Boings Sollte schon in Ordnung sein Wenn wir jetzt uns die Browdels schnappen Yeah So Okay, Browdels kriegt die halt noch hin Ich kriege die jetzt noch hin Das ist das Level an sich ja auch schon Es gibt natürlich bestimmt noch mehr zu erkunden Aber an sich Aber an sich, äh, würde ich sagen, dass Das er so weit erstmal schön anguckt haben Und deswegen, der nächste wird ja eh erst freispielt, weil er die Bosse besiegt Okay, was ist hier los? Jetzt kommt der Lange Boah, du bist zu spät Wir haben uns schon das Kleid unter den Nagel gerissen, Mann Es passt sogar zum Fracht vom Chef Du willst es zurück? Schnickst dir ab Den Platz behalten Ja Er ist ein blonder Typ Oh, wie cool Was macht er denn da jetzt? Ah, der ist ja auch cool Was ist denn, Mann Was ist denn das immer? Kriegst mir ne Kriegst mir ne Kriegst mir ne Oh, jetzt hätte ich auch nochmal raufspringen können So Haha Oh, Inks Nein, bitte nicht auf den Kopf, Frau Bitte nicht Na doch Ah, die sind so schön einfach So Aber irgendwie aber trotzdem lustig und gelieb Komm her Oh Mist Wäre jetzt cool gewesen, wenn ich es schaffen würde So Boinks Und sagt Tschüss Einfach hingelegt Vor allem, die explodieren immer Sind aber dann wieder alle da Keine Ahnung, Mann Auf jeden Fall haben wir wieder einen Multimond Sehr nice Boah, sind wir cool So Broder jetzt über dem See So Und an sich Ich gucke mir das jetzt noch ein bisschen an Aber ich frage mich, ob es jetzt hier noch Wieder ein extra Boss gibt Dann würde ich den natürlich auch noch machen Mal gucken, was jetzt Cappy sagt Oder warte als nächstes, der jetzt hier ankommt Anscheinend aber nischt Ja So Ja, also kein neuer Boss irgendwie Ich sorge mich um meine Schwester und Peach Wir müssen schnell hinterher Ach guck mal, sie sind Oh, sie sind alle richtig schick Ja, aber okay Und ich glaube immer, wenn der Amiibo-Typ da ist Und dieser Toad hier Dann ist es so weit, wie ich sage Von wegen Ja, alles klar Also du hast an sich Alles, was erledigt werden sollte Hast du erledigt Und deswegen Ja gut, jetzt ist die Treppe repariert Okay Okay, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun Ich werde hier noch ein bisschen rumgucken Aber ich glaube, dass ich hier 30 Monate kriege Ich glaube nicht Weil ich glaube, das Level scheint kleiner zu sein Als andere Aber dennoch bedanke ich mich sehr Für eure heutige Aufmerksamkeit Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal Hoffentlich ja wieder Wenn schon mal Mario Noch ein bisschen planschen geht Bis dann Ciao Ciao